Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Es geht wieder zum Oktoberfest. Und ihr fragt dich sicherlich, wer hinter der Kamera ist, weil ich film dich selber. Ja, ich bin mit dabei. Kalle! Kalle x Corinna Co. Ey, du weißt nicht, dass ein Lebenstrauen erfolgt. X Americans und Oktoberfest auch noch. Ey, ich hab so Bock auf die Amerikaner, ich hab so Bock auf das Oktoberfest. Ich bin so gehypt, oh mein Gott. Kalle hat grad im Flug bekommen gelernt. Was ist das ich machen kann? Ja, man, das ist ein lecker bisschen. Ob du auch Deutsch. Was ist ein Händel? Das ist ein halbes Händchen, sagt man auf Hochdeutsch, ein halbes Händchen. Ja, ja. Ein fechtes Mädchen. Oh, ein hübsches Mädchen. Ein fechtes Mädchen. Bist du waschig dabei, du? In dem Sinne, das gleiche, das lauter. Wir gehen jetzt kurz den sozial einchecken, und danach treffen wir uns mit dem. Tja. Digger. Warum ist der Busal? Du hast da hinten eine tolle Oberweite. Mit wem willst du denn da reden? Jürgen, das ist nur Bayern. Du musst Englisch lernen, wenn du schon platt lernst, Digger. Du alter Zipfelklatscher. Boah, ich freu mich so. Ist auch wieder während FIFA Release Zeit. Zum Glück konnte ich diesmal eine Woche lang zocken. Ja, also diese Woche ist auch Gym-Fazit, Leute. Ausnahmsweise. Kalle und ich gehen diese Woche nicht ins Hirn. Was? Hallo. Wir gehen jetzt kurz ins Hotel, checken ein. Die Amis sind gerade essen gewesen. Ich hab auch viele neue Leute da. Die können uns gleich beim Hotel abholen, und dann gehen wir schon Trachten kaufen. Trachten. Und unsere Tracht der beste guten Lederhose. Und Kalle kriegt auch eine Tracht. Ja? Und so geheim zu haben, glaub ich ja. Kalle will sich jetzt schon ein Bier rein zwischen. Warum? Ich bin ein bisschen nervös wegen den Amerikanern. Ja, ich will mir jetzt gleich vielleicht ein lockeres Bierchen. Oder vielleicht sogar eine Krawalt oder so. Was? Direkt? Ja, damit ich ein bisschen lockerer werden. Welches Bier? Das ist die Augustina. Kann ich dich für YouTube fragen? Wie schmeckt es? Für was? Für YouTube. Für YouTube? Ja, wir filmen einen Vlog. Oh, du filmen einen? Ja. Für deinen YouTube-Kanal. Ja, kann ich ihn fragen, wie es schmeckt? Ja, immer gut. Oh, kann ich dich fragen? Ja. Perfekt. So, das ist die Augustina, richtig? Die Augustina, ja. Okay, mach einen Sip, mach einen Sip. Woher kommst du? Ja. New York. Ja, ich wohne in London. Ja, ich wohne in London. Ja. Deutschland? Ja, Deutschland. Und warum machst du einen Vlog? Wir haben einen zweiten Zimmer, oder? Ich komme gleich gleich. Also, wir haben mit Erkmaus Frieda, Sidney. Ah ja, zwei. Calvin Thomas. Was? Warum? Ich mache. Ich habe keinen Platz mehr. Besuch, besuch. Ach so. Pferde, 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 Pferde. Große Pferde. Pferde. So, wir sind jetzt da. Wir sind in München. Wir sind jetzt mit denen. Wir holen uns Dürnde. Und wir wollen uns trachten. Schuhe habt ihr? Schuhe haben wir. Und dann geht's weiter. Aber wir wissen nicht, was wir heute noch machen. Wenn jetzt fertig ist. Doch, Box. So, Clem 오늘도. Was? Paul bl bastante. Why are you laughing at me? AC ist einfach in einem Zimmer? Die stream That Vixa. Hm? 마� 크게. Es ist so schlecht. Es ist nicht gut. Es ist ein wanker. Wanker. Oh, ich kenne mich. Warum kenne ich mich? Cheers! Weil er trinkt. Das ist mein Idol. Nein, er trinkt immer. So, wir sind jetzt wieder bei Tracht und Angermeier. Wir waren ja auch letztes Jahr schon. We need a Tracht. We need a Tracht. We need a Lederhosen. We need a Lederhosen, yes. The girls need a Durndl. The Durndl. Das ist wieder lustig. Ich mag's beim mich anzuziehen hier. Oh, Durndl. Das ist Brie, by the way. Hi, Brie. Do we like the brown? The brown is nice. Do we like the top on this one or no? No. No? Okay. Oh, you want more open? I like the brown one. That was my favorite too. We need a Lederhose, um auf Deutsch zu sagen, for Fertsecker. The first word is over. For Grumpat. Grumpat? Gewampat. 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 Gewampat is he. Yeah. Mit einem etwas ausgeprägten M-Pon-Poin. 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 Very good. Was haben wir hier? Angermeyer X-Playboy. Do we have another one? Here. Auf 30 Stück. 25 von 30. 25 von 30? Auf 30 Stück limitiert. Alter, die brauchst du. Bruder, ich hab dir gesehen. Ich wusste, die haben. Nur an Interesse. Was brauchst du dir? Boah, die ist bei 1,2. 1,280. Ich denke, das ist cool. Calvin. Do you think I should wear this? Or should I wear a vest? It's nice. It's funny. It's funny? I look stupid. Yes. Of course. Ich nehme es so. Stand jetzt. Lederhose. Playboy Edition. 25 von 30. What is this? Angermeyer X-Playboy. 25 von 30. What is this? Yeah. Hey, look at first bro. No, give me the camera. Let me show you. Yeah. Come on now. They had actually something in my size bro. I have a hand. You? I have a hand. Oh. Oh. Do you want this one too? What is this? I have a hand. Come here. Yeah. Wieso ein Opa? Wie ein kleines Kind? Wie so fünfjähriger. Ach, ist das hier so eine Wand, so, wär alles scharierbar? Wann haben wir denn so? Ist das Prämeln der Endlasten? Ja. Wie gut hab ich's dir erkannt? I like the mountains. I like the mountains. I like the mountains. Yeah. Das ist geil. Das ist cool. Ich find's auch nochmal geil. You're not wearing a fish. Bei mir wäre es richtig lustig. Bei mir wäre es richtig auf Spannung sein. Bei mir wäre es richtig auf Spannung. Du hast es zum dritten Mal nicht gehört. Bei mir wäre es richtig auf Spannung. Ja, cool. So, if I got this, it's very stretchy, you know? I tried it, bro. I did this on the last point, bro. Wir sind jetzt alle eingekleidet. Ich freue mich, ich will am liebsten heute schon hin, ne? So, bock. Macht auch voll Spaß, sich zu verkleiden und in den Dress dann zum Oktoberfest zu gehen. So wie wenn Malle, du ziehst diese extra so... Aber so die feine Art. Muss ne schmecken, muss wirken. Auf Malle und Perücke. Und Helmut holst ne Kette. Ja. Und ne Brille. Fast 4 Oktoberfest, krach. Und sieht sogar cool aus. Irgendwas in der Nase, Digga. Come on. Jerk off. Ich will mir einen runter. How do you say I'm gonna masturbate? Ich will mir einen runter. Ja, but as a woman. Ich masturbiere. Ich masturbiere. Ich spiele Gitarre. Okay, you ask me something. I know, I know English. Know what? Actually, say something in German. Obviously, you know fucking English. What does lick my asshole? Licken? Lick mein Arschloch. Licken. Licken mein Arschloch. Licken. Ich mein accent. Ich hab' das. Stephen york? Riecht auf mich, bis dorthin scheint. Ich sagte meinen passage. Ich habe nur das nur an die heutige Wort tonight. Und ich hoffe, morgen. She layer on a horse? Riecht mein Arschloch. Man... Schizo, bis morgenang alphabete! Bis das morgenkpez! Ist das okay? Ist das echt auch so? Nein, das ist sehr gut. Er sagt, ich muss lockerer werden. Dann tauchte ich jetzt noch ein Bier ein. Ich muss lockerer werden. By the way, ich poste auch die ganze Zeit Content auf Snapchat. Also da kriegt ihr auch mäßig Vlogs. Wir verlosen. Auf Snapchat machen wir mal. Schreibt mir auf meine letzte Story, die ihr seht. Und ich schicke an zwei Leute 20 Euro PSN-Karte zum FIFA-Start wieder. Hier ist mein Snapchat-Code. Ihr könnt einfach Screenshot machen. Wir sind jetzt essen. Erst zu warm. Vom Nobu-Besitzer. Wir haben so Hunger. Ich habe heute nichts gegessen. Ich freue mich so. Es ist um 19 Uhr oder so. Corona's Lieblingsessen. Lieblings-Favorit-Favorit-Favorit. Ich habe gerade angefangen zu essen, dieses Jahr zu essen. Never in meiner ganzen Welt. Ich liebe dieses Wissen. Was ist es? White Fisch? Like olive oil. Like a garlic chip. There ist like a limey flavor. You know, es ist gut. Tell me, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Mein Lieblingsessen ist das. Yellowtail-Jalapeño. Das ist gut. Das ist gut. Ich kann jetzt schon kaltes Reaction. Ich kann jetzt schon kaltes Reaction. Irgendwie scheiß lächeln immer. Der Big Boy likes it. Ich habe hier kurz einen Baby-Taco. Von dem erwarte ich mir nicht so viel. Ich dachte, der wäre so richtig geil gefüllt und so. Mit so Dressing und Knie so und was weiß ich alles. Ich kann jetzt noch mal Rundle laufen. Dann spazieren und dann ist es auch schon den ersten Tag. Wie war deine erste Begegnung? Ja, heute ein bisschen ruhig erst mal. Kann man doch verstehen, die haben Jetlag und so. Die sind richtig müde. Okay, meine lieben Freunde, das war's vom ersten Blatt. Wie gesagt, heute nur gechillt, Anreise, Ancom, die haben Jetlag, bla bla. Kalle und ich waren jetzt noch ein bisschen unterwegs, aber wir haben nicht mehr gefunden, was wir noch machen können. Wir haben überlegt, ins Hofbrauhaus zu gehen und so. Noch mal ein bisschen was machen, aber das ist einfach falscher Ärger. Morgen gehen wir das erste Mal aufs Fest. Keiß, aber morgen geht's ab. Ich freu mich übertrieben. Es wird sehr, sehr lustig. Ich hab AC bis jetzt noch nicht mehr gesehen. Ich hab einen spannenden Zwei gestreamt, die ganze Zeit. Schreibt's in die Kommentare, damit es wieder stattfindet, dass es wieder die geilen Vlogs gibt. Lasst ein Follow da, damit ihr die Vlogs nicht verpasst. Jackson kommt auch. Lasst dir ein Like da. Lasst ein Abo da, damit ihr nicht verpasst. Demnächst kommt auch wieder ein neues Fashion-Video. Da kommen beide Schuhe und so was, zeig ich euch da. Hab ich schon aufgenommen. Es kommt, glaub ich, nach den Oktoberfesten Vlogs. Vergesst nicht, Snapchat abzuzecken. Geht darüber, checkt den Content ab. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich? Ich bin jetzt 18. Wenn dich schmeißen wir uns nicht raus, ich bin dein Wingman. Check mit KZ, nach dem Haus und was willst du nicht drehen? Mit dem Niggeln kann ich wieder einbauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yeah.